Mein Name ist Harry Weiß, ich bin 22 Jahre alt und ich verfolge diesen Beruf mit Leidenschaften, nicht nur weil ich Geld verdienen will oder sonstiges, sondern weil es mir einfach Spaß bringt und für mich das Beste auf der Welt ist. Ich bin Nico, bin 23 Jahre alt, tätowiere seit vier Jahren ungefähr, seit diesem Jahr hier bei Basement im Team. Morgen, morgen erstmal, ich bin Ivan, ich tätowiere seit ungefähr zwei Jahren, ich bin ein Jahr hier im Laden. Mein Name ist Morty, ich bin der Inhaber von Basement Inc. Ich habe jetzt mittlerweile fünf super Tätowierer, ich bin so stolz auf meine Jungs, das sind alles jahrelange Freunde gewesen oder sind immer noch, die verstehen sich, mein Team ist super. Ja, was kann man über uns erzählen, uns kennt mittlerweile viele in Hamburg, aber das reicht uns nicht, wir wollen in Deutschland bald bekannt werden. Ich bin nicht der Chef, ich bin Chef plus Freund. Mit mir kann man über alles reden, Probleme, egal was. Wie gesagt, seit ungefähr zehn Jahren bin ich in Graffiti-Szene. Ich spezialisiere mich auf Old Skull-Tatoos von 50er Jahren, einfach schwarz-weiß. Durch Freunde inspiriert worden, die haben sich Maschine geholt, dann auch mal ausprobiert, fand ich ganz gut. Jahrelang zu Hause tätowiert, dann privat, bekannte Freunde und dann bin ich jetzt hier nur gelandet im Studium. Mein Hobby zum Beruf gemacht. Also ich steche nicht alles, ich steche nur, worauf ich Lust habe. Das heißt, ich arbeite nur im Realistik-Stil, ich mache keine Sachen, die irgendwie Comic-ähnlich sind oder irgendwie so Old School, so schlicht oder so, sowas mag ich gar nicht. Ich mache auch keine Sachen, sowas wie, was jetzt zur Zeit Trend ist, so Maori-Tribals oder so diese Polynesischen-Tribals oder so, so Kleinkram mache ich auch nicht mehr. Also ich mache eigentlich nur realistische, große Projekte. Ich mag sehr gerne so düstere Sachen, wie zum Beispiel so Schädel und so mysteriöse, düstere Motive, sage ich mal. Und ja, das ist so das, was ich am liebsten mache und ich mache auch ausschließlich das mittlerweile. Ich habe angefangen zu tätowieren, weil ein Freund von mir angefangen hat zu tätowieren. Ich habe mein ganzes Leben lang schon Kunst gemacht, ich habe mein halbes Leben mit Graffiti-Sprühen verbracht und als ich angefangen habe zu tätowieren, habe ich damals noch bei meiner Mutter gewohnt. Ich bin auch sogar noch zur Schule gegangen damals und meine Mutter hatte da quasi nichts dagegen, beziehungsweise sie hat es sich nicht anmerken lassen oder so. Und als ich dann mein Abitur gemacht habe, habe ich mich auch auf die Suche nach einer Ausbildung gemacht oder nach einem Studiumsplatz und ich habe halt keinen gefunden und ich habe währenddessen schon immer weiter tätowiert, hatte dann meine eigene Wohnung und irgendwann habe ich einfach eingesehen, dass ich gar keine Ausbildung machen will und auch kein Studium und dass mir das Tätowieren reicht. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch so verdient, dass ich einigermaßen davon leben konnte. Wir erwarten, wenn unsere Kunden zu uns kommen, dass sie so fröhlich wie die reinkommen, auch fröhlich rausgehen. So wie wir gerne auch Gasttätowierer bei uns gerne haben möchten. Jeder ist bei uns willkommen, ob Mann oder Frau, man lernt immer was dazu. Und ich sage mal so, wir sind hier auf der Arbeit, wir hören Mucke, die Musik, wo wir Lust haben. Hier im Studio ist die perfekte Stimmung, alle Freunde, alle kennen sich schon mehrere Jahre lang. Hier ist eine große Lounge, hier kannst du Freude mitbringen, die können auch zugucken. Und das macht das Studio von uns aus. Ich sage mal so, wir sind hier auf der Arbeit, wir sind hier auf der Arbeit, wir sind hier auf der Arbeit. Ich sage mal so, wir sind hier auf der Arbeit, wir sind hier auf der Arbeit.